Wie ich meinen Patienten auch immer sage, das größte Risiko ist allein Frauen zu sein. Das ist tatsächlich ein bisschen häufiger bei Frauen als bei Männern. Natürlich sind die Geburten oder auch die Schwangerschaften ein Risikofaktor, auch wenn es zum Kaiserschnitt kommt, das Alterwerden, das Kollagengehalt, also genetisch, das spielt auch eine große Rolle, eine chronische Belastung, also eine Dauerbelastung vom Beckenboden, wie durch immer Husten oder wirklich immer kräftig tragen oder durch Verstopfung, wo man immer auf den Beckenboden drückt. Und natürlich auch das Alterwerden. Mit dem Alter wird das ganze Kollagen im Körper und die Muskeln leider auch etwas schwächer und das wirkt sich natürlich auf den Beckenboden aus. Die zwei häufigsten Formen sind die sogenannte Belastungsinkontinenz, die früher auch Streichinkontinenz genannt wurde. Das ist ja ganz einfach zu verstehen. Also beim Husten, diesen Lachen, kommt es zum Urinverlust. Mal in Spritzen, mal in Tropfen, aber das ist Belastungsinkontinenz. So ungefähr ein Drittel der Frau ist von dieser Form betroffen. Die andere ist die sogenannte Dranginkontinenz, wo, ich sag mal so, die Blase nicht gerne speichert. Sprich, wenn man diesen Drang hat, dann muss man auch rennen. Also die Blase drückt. Das ist nicht, dass die Patienten sie nicht halten kann, sondern dass die Blase sich spontan entleeren möchte. Manchmal kommt es zur Inkontinenz, manchmal nicht, aber allein diese verstärkte Drang führt schon zu einem sehr starken Leidensdruck. Allein wenn die Patienten andauernd auf Toilette muss, andauernd rennen muss, auch wenn sie auf dem Weg nichts verliert, ist das schon sehr unangenehm. Die kombinierte Form, die Mischinkontinenz, also die kombinierte Form von Belastungs- und Dranginkontinenz, kommt ungefähr bei 40 bis 45 Prozent der Frauen vor. Und wenn man alle drei zusammen zählt, das sind so ungefähr 98 Prozent der Fälle von der Inkontinenz bei Frauen. Die anderen so seltene Fälle wie nach Operation, nach Bestrahlung oder wegen unserem angeborenen Fehler. Das sind so eher Ausnahmenfällen. Einiges kann man beeinflussen, einiges leider nicht. Wie gesagt, das Genetik kann man ja schlecht beeinflussen, das Alter werden und man würde ja auch nicht aus diesem Grund auf Kinder verzichten, wenn es der Wunsch ist. Was kann man machen? Natürlich immer so weit wie möglich oder so viel wie möglich den Weckenboden trainieren, weil das sind ja wie alle Muskeln im Körper. Wenn man sie weniger benutzt, dann bauen sie auch ab. Also fürs Leben halt tatsächlich Beckenbodentraining. Natürlich das Rauchen vermeiden, chronische Belastung vermeiden, in welchem Sinne oder inwiefern. Dass man versucht immer gegen zu halten, wenn man hustet, wenn man niest. Manchmal geht es ja natürlich nicht, das ist sehr spontan, aber grundsätzlich. Oder beim Heben oder beim Schwertragen, dass man versucht immer gegenzuspannen, dass man den ganzen Druck nicht einfach auf den Beckenboden ausübt. Achten, dass man regelmäßigen Stuhlgang hat, dass man nicht so doll auf der Toilette drücken muss. Und bei älteren Frauen kann man sich überlegen, ob man lokal zum Beispiel eine Salbe mit ein bisschen Hormone aufträgt, damit sich die Schleimhaut zum Beispiel nicht so doll abbaut. Das sind so einige Sachen, die die Frauen halt machen können. Zählt auch dazu, tatsächlich ein, ich sag mal so, normal Gewicht zu behalten, weil Übergewicht schadet natürlich auch. So eine extra Belastung für den Beckenboden. Patienten mit Übergewicht, wenn sie so ungefähr fünf Prozent vom Körpergewicht verlieren, was ja nicht mal so viel ist, merken manchmal schon den Unterschied auf die Inquantinenz. Also da gibt es einiges, was die Frauen machen können und sonst natürlich gerne bei uns vorstellen. Und wir können noch weitere Ratschläge geben. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Untertitelung. BR 2018